Musik Also ihr seht ja, wie unser Logo auch bunt, offen, vielfältig, das soll es natürlich sein, aber vor allem, und das kannst du natürlich gleich zeigen, ein bisschen Bewegung. Wir wollen die Leute wieder motivieren. Wir wollen die Leute, die noch keine Ahnung haben, bis heute, wir werden euch weiterentwickeln. Musik 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 Es war Thema, keine Sorge, also wir alle, die in Deutschland leben, kennen natürlich Goleo noch 2006 ohne Hose und deswegen war vom Start weg klar, dieses Mal wird das Maskottchen eine Hose tragen. Musik 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 Musik